Hallo, ich bin die Selina und wir sind heute mit die Power Girls im Klettergarten. Die anderen sind schon fleißig am Klettern, also kommt's mit! Also es macht sehr Spaß. Es ist ziemlich cool. Und ja, also ich habe sehr Angst gehabt. Ich bin super, weil ich auch in der Freizeit klettern gehe. Es ist für viele das Highlight im Jahr als Power Girl. Beim Besuch im Klettergarten Goldberg in Schiedlberg wird von den Mädchen viel Mut, Teamwork und Selbstvertrauen abverlangt. Doppelt gesichert und in 8 Metern Höhe trotzten die Mädels jeglicher Höhenangst. Man sollte aufpassen, dass man ein Gleichgewicht hat, weil sonst kann's ein bisschen wackelig werden. Und wir müssen halt aufpassen, dass wir immer die Karabiner richtig eingehen und dass wir uns gescheit sichern. Es ist einfach ein bisschen ein Mut, also selbst Grenzen auszutesten, wie weit fühle ich mich wohl, wo muss ich über meine Grenzen selber drüber gehen. Die Teamfähigkeit, also gemeinsam zu kommunizieren, aufeinander zu schauen, gegenseitig sich zu helfen. Und dann funktioniert das einfach, wenn eine Hand hingestreckt wird und das geht dann. Nach ein paar Stunden Höhenrausch hatten die Mädchen wieder festen Boden unter den Füßen. Es war ein Tag voller Auf und Abs. Für die Mädels geht's jetzt volle Fahrt ins nächste Powergirls-Abenteuer. Wir wünschen viel Spaß dabei!